Wir sind die Kleinen. Ich muss gleich bei ihrem Haus schauen. Da ist einer, da ist beide am Schlafen. Vorher sind die beiden gestanden, also ich bin ruhig. Brauchen Sie Schlaf. Wenn man die andere zeigt, dann wieder sehen kann. Da sieht man die andere. Hi Mike. Sehr gut. Jetzt ist das Schaf dazu gekommen. Das ist Mika. Mika kommt 1,80m ohne Anlauf. Tschüss. Hi. Jetzt haben wir Überraschung. Hier ist eine kleine. Überraschung. Zwei Stück. Kette hat zwei bekommen. Tschüss. 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 anged fentzt. Hier kommt das Band, ich habe zuerst noch geschaut, jetzt so, Herr Bock, das ist ein grosser Bock, wir haben noch nie so einen grossen, schönen gehabt, der ist ganz ruhig, ganz ruhig, ja, der hat gerne. Er macht Babys, ja, ja, gell, Bocki? Jedes Jahr haben wir einen Bock und dieses Jahr haben wir ganz einen grossen, ruhiger, ja, so süß, bocki, ja, der stinkt auch nicht fest, gell, dann hübscher, tschüss. Wir gehen aber nicht durch, oder? Jo, Jo, ich kann. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Sieht fast aus wie ein Film, und der ist so schön ruhig. Hoi, Bocki. Und der liegt schön für die anderen. Mr. Bock, tschüss. Guten Morgen, darf ich vorstellen, mein Huhn, ich habe jetzt sechs Sekunden, und die ist jetzt bei den Beinen, die sind irgendwie gelähmt, jetzt tun wir sie immer ein bisschen pflege. Ein und auszutragen, gell, und am Morgen kriegt sie immer Würmer, sieben Stück oder so, und zuerst Wasser. Wenn ich sie hinliege, tue sie einfach, kann sie nur ein bisschen nach vorne krabben. Von der Gorkestrasse. Ich habe noch nie so etwas komisches gelernt. Ich habe noch nie so etwas komisches gelernt. Happy New Year. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020